Wir sind tatsächlich immer hier zum Üben, jeden Donnerstag, um uns die traditionellen westafrikanischen Rhythmen einzuverleiben und freuen uns, dass wir das heute mal einem so breiten Publikum weitergeben dürfen. Unser erstes Stück heißt Soro und wir fangen gleich an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020